Oh mein Gott, Leute! Heute ist es endlich mal wieder an der Zeit, denn heute gibt es mal wieder ein extrem teures Video. Denn ich habe mir heute überlegt, Leute, dass ich Max mal wieder überraschen werde. Und zwar werde ich ihn heute einfach einen komplett neuen Account ins Dammelgeister stellen. Und ich werde ihm darauf alles, einfach wirklich alles kaufen, was er zeichnet. Das heißt, das Ganze kann extrem nach hinten losgehen. Aber egal, lasst dafür auf Ehre einen Daumen nach oben da, Leute. Abonniert auch unbedingt den Kanal. Schaffen wir 10.000 Likes. Wenn ja, smash jetzt den Like-Partner und dann würde ich sagen, wir gehen rein ins Video. Let's go! So, Leute, okay, ich bin jetzt im Discord. Max müsste jetzt jeden Moment kommen, denn ich habe zu ihm gesagt, ich habe eine Überraschung für ihn. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal. Oh, ne, da ist er schon. Er ist schon im Discord, Leute. Wir joinen jetzt einmal. 3, 2, 1. So, Max, bist du da? Hallo, Lom! Was geht? Wie geht's dir? Ja, ähm, gut, dir? Mir geht's auch gut. Äh, ich habe dir ja gesagt, ich habe eine Überraschung für dich, richtig? Ja, geht. Äh, mach dir bitte mal kurz einen neuen Dammelgeister-Account, aber einen komplett neuen Account. Okay, warte. Wie? Ja, okay, ich mach. 12 Sekunden später. Das heutige Video wird unterstützt von Dragon Mania Legends. Das Ganze ist ein kostenloses Drachensimulator-Spiel, was übrigens auf PC und auf Mobile-Geräten verfügbar ist. Und ganz kurz vorweg, ihr könnt euch das Ganze gerne kostenlos über den ersten Link in der Beschreibung runterladen. Ja, im Spiel selber trainiert und züchtet ihr eure eigenen Drachen. Und auf diesen bereitet ihr eure Drachen dann darauf vor, an epischen Schlachten teilzunehmen. Ja, der Hauptteil des Spiels besteht darin, dass ihr in das magische Universum von Dragon Lantia abtaucht und dort dann euer legendäres Drachenteam zusammenstellt. Übrigens findet ihr dort über 900 individuelle Drachen. Ach, äh, und ja, eure Insel könnt ihr auch völlig freigestalten. Aber wie ich bereits meinte, gibt es auch verrückte Drachenkämpfe. In diesen könnt ihr verschiedene Elemente meistern, wie zum Beispiel Luft, Wasser, Erde und Feuer. Aber mein persönliches Highlight ist, Leute, dass ihr einfach diese kleinen Drachen großziehen könnt, bis sie irgendwann erwachsen sind. Erstelle deine eigene Insel, züchte deine eigene Drachen und rede der Community von täglich bis zu 500.000 Spielern gegenüber. Über den Link in meiner Beschreibung bekommt ihr als Willkommenspaket sieben kostenlose VIP-Tickets, Nahrung und 100.000 Gold. Ja, Lamm, ich hab jetzt noch einen Account erstellt. Äh, ja, ich seh grad, du, äh, du musst erstmal dein Alter jetzt angeben, Max. Ja, ich bin schon 10, und du? Ich bin 23, Max, du weißt Bescheid, okay. Dann erstell mal deinen neuen Account. Hast du erstellt? Ja, hab ich. Okay, also ich seh, du hast dir jetzt einen neuen Account erstellt. Okay, pass auf, Max, du fragst dich jetzt, für was brauchst du deinen neuen Account? Ja. Ich sag dir, wir machen es ganz kurz und knapp und schmerzlos, also nicht schmerzlos für mich, aber egal. Und zwar, Max, ich werde dir heute, aber nur heute, alles kaufen, also wirklich alles, was du zeichnest. Wirklich alles? Ja, wir haben das ja schon mal gemacht. Erst nicht, wenn ich ein Lamborghini mal. Äh, ja gut, ein Lamm ist vielleicht ein bisschen teuer, Max. Guck mal, wir haben das ja schon mal gemacht, das ist schon ein bisschen länger her. Aber mittlerweile gibt es ja sehr viele neue Sachen. Ja, dann, Max, pass auf. Geh einmal bitte, äh, Max. Ja, Lamm, da gibt's special Glücksrad mit Ninja, ja, gib das. Geh mal raus, hast du geschafft. Nein! Ja, ja, okay. Pass auf, was ihr eben schon gesehen, es gibt auch neue Glücksräder und so und extrem viele Sachen. Deswegen würde ich sagen, öffne jetzt bitte mal dein Zeichnen-Pad, du weißt schon was, zum Malen, Paint. Und dann, äh, darfst du jetzt gleich loslegen und ich werde dir heute wirklich grenzenlos, ich werde dir wirklich alles kaufen, was du zeichnest, alles. Also wirklich alles, okay? Äh, auch einen Hund? Äh, wenn es einen Hund in Stammerhares gibt, dann ja. Boah. Ja, okay, Lamm, ich mal jetzt. Ey, okay, dann öffne jetzt mal dein Zeichnen-Pad, Max. Ja, hab ich. Ich bin bereit, Max. Also, ich weiß nicht. Achtung, Achtung! Weißt du, was es gerade alles so gibt? Also, es gibt ja viele neue Sachen, Max. Auch aktuell ist ein sehr großer Shop drin und du fängst direkt... Hä, was... Hä? Max, was, mit was fängst du an? Was wird das? Hä? Warte doch. Was meinst du da? Warte doch. Hä, Bro, ich hab... Äh. Das sieht aus wie eine Schildkröte. Du bist eine Schildkröte. Hä? Sag sowas nicht. Hä? Okay, also, bisher sieht es aus wie eine... Ist das... Okay, das ist eine gelbe... Eine gelbe Schildkröte? Lol. Du bist eine gelbe Schildkröte. Max, hör auf jetzt. Okay, ich, ich... Okay, dann... Du musst noch ein bisschen... Was? Sollen das Augen sein? Ja. Ja, du machst ja nicht direkt irgend so einen goldenen Skin jetzt, Max, oder so. Ich mal, was ich malen muss. Oh nein, oh nein, nein, Bro. Ich schreib, warte kurz, muss warten, eine Sekunde. Ich glaub, ich... Oh mein Gott, ich glaub, ich weiß, dass... Oh mein Gott, Max, Bro, bitte, bitte, bitte übertreiben. Ey, Max, das ist die erste Sache. Du musst doch jetzt nicht direkt übertreiben, Bro. Warte. Oh mein... Geh so ein, warte. Mach ich das eigentlich? Ja. Nein, ich glaub, Leute, ich glaub, es sind noch grad noch diese Pümpel-Angebote drin. Ich... Oh mein Gott, ich glaub, ich weiß es. Nein. Kostisch, Null. Null? Ja, okay, Max, also... Null. Bro, na, Max. Null. Bruder, hallo, über... Nein, hallo. Max, 5000, Bro, 50... Heißt... Gold. Ja, okay, Bro. We're back. Bruder, du willst diesen goldenen Special-Rabbit haben, Bruder. Gib den, bitte. Übertreib doch direkt, Digga. Gib den, der kostet 5000 Besen. Digga, 5000... Das ist direkt der teuerste Skin. Du musst doch direkt das teuerste nehmen wieder. Ja. Digga, okay, dann geh mal in deinen Stummelgeist rein. Ja, warte. Ja, bin da. Bist du drin? Stopp, warte. Warte, der ist so an der Seite, glaube ich, oder? Ja, stimmt, das sind diese Pümpel angewohnt. Das sind solche Pümpel. Warte, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. Noch ein Stück. Ja, warte, da ist er. Kaufen. Kann ich jetzt? Aber ich hab noch nicht genug... Bruder, du willst diesen goldenen Rebel, der ist der teuerste, der kostet 5000 Pümpel. Ja, kaufen. Warte, ich klicke auf... Warte, ich brauche aber noch so Sachen. Kannst du kaufen hier dieses... Das musst du kaufen. Ja, ich geh doch hier direkt wieder pleite. Direkt 20 Euro zum Start. Ja, okay, Max. Ja, okay. Ich kauf dir das jetzt, ja. Ja, du bist der Coolste. Ja. Okay, Max, ich... Ich hab's gekauft. Ich glaub, es müsste jetzt... Ich glaub, ich... Oh mein Gott, ey. Ja, jetzt hab ich 5000 Besen. Jetzt hast du 5000 Besen, ne? Ja, okay, komm. Jetzt muss ich einmal zur Seite. Weiter, 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 weiter. Und... Warte. Da ist er. Warte, ich bin zu weit aus Versehen. So, ja. Und da. Und ja. Kaufen. Ja, nein. Bruder, es ist ein komplett neuer Account, Leute. Es ist sein allererster Skin, ne? Es ist einfach sein allererster Skin. Einfach direkt Spasches Skin, bro. Alter, der sieht so geil aus. Ausrüsten. Guck, Lom. Guckst du, siehst du? Ja, ich seh's, Max. Der sieht ein bisschen aus, auch wie du, weißt du? Hey, was soll das denn jetzt heißen? Junge, ich kauf dir gleich nix mehr. Mit so den Ohren. Du hast ja auch so Ohren. Ja, ich meinte ja auch gleich Ohren. Komm mal weiter, du darfst noch was kaufen. Ja, ja, okay, warte. Ja, ich schwör, Leute, ich geh heute so pleite, ne? Ich schwör, ich geh heute so pleite. So, Lom, weiter geht. Ja, mal weiter. Hä, was? Bist du bereit? Blaue Box, ey, gar nix. Einfach nur, Bro, Max, können wir machen. So, so machen wir das. Geht fit. Was meinst du da? Willst du einen Pool haben oder was? Willst du jetzt baden gehen? Was für einen Stern willst du denn jetzt haben? Was ist ein Stern? Lom, du musst doch mal warten, wenn ich hier was mal. Okay, beruhig dich, schrei nicht so. Junge, chill. Chill, wie viel? Immer sagst du schon, dass ich irgendwas fertig hab, aber ich hab noch gar nicht fertig. Hä? Äh, ja, ich erkenne aber nicht, was das... Willst du, das sieht aus wie ein Zauberstab, Max. Ja. Willst du einen Zauberstab haben oder was? Nein. Ich kaufe dir gerne einen Zauberstab. Nein. Oh, ich glaube, ich weiß es. Du musst doch warten. Nein. Junge, warum magst du bitte immer... Du musst doch mal warten. Ich mal doch gerade erst. Ja, Junge, aber du sollst doch nicht die ganze Zeit direkt übertreiben. Ich dachte, du wirst auf cool vielleicht so 1000 Gems, da mal ein paar Spins und so. Ich glaube, das wird... Wird das... Ja, das wird der... Lom, da ist auch noch was drin, ja. Seid mal ehrlich, wird das der Zauberstab, Bro? Aber da steht nicht da, wie viele Stufen, ne? Also, da steht nicht da, wie viele Stufen. Das... Ich bin doch noch gar nicht fertig, du Doofkopf. Digger, Bro. Lom wird die ganze Zeit gelb. Hier steht was drin. Achtung, bist du bereit? Nee, ich bin nicht bereit, Max. So, Lom, ich bin noch nicht fertig. Ja, doch, du bist fertig. Ich erkenne es doch. Stumble. Stumble, pass. Aber da steht nur eine Eins. Das heißt, äh... Da steht nicht, wie viel ich dir kaufen soll. Warte. Du hast da eine Eins gemacht. Ja, okay, dann geh in den Shop, Digger. Ja, ja, mach ich ja. Shop, einmal warte, so, wo ist Shop? Ja, erstmal mal da gucken. So, wie viel kostet aktivieren? Ich brauche, warte, 1200 habe ich noch. Das kann ich schon kaufen, aber ich brauche alle Stufen, Lom. Ja. Schau, siehst du? Achso, gibt nur 30. Ich dachte 100. Gibt nur 30 Stufen, gibt keine 100. Also muss ich dir gar nichts kaufen, was dich vermalt zählt nicht. Doch, alles. Kaufen, alles. Ja, okay. Äh, Lom. Ja, guck mal, passt doch aber, ne? Du hast doch noch 3.500 Gems, ja dann. Lom, Lom. Ja, was ist denn? Du wolltest eins Battle-Past. Ich habe eine, eine Sache. Ja, was denn jetzt? Was, was, was ist denn jetzt noch? Ich brauche diese 3.500 Gems, wenn meine Freundin mal meinen Stumble-Account spielen will, weißt du? Ja, dann kaufst du dir halt keinen Battle-Pass. Das ist mir auch egal. Deswegen muss ich gehen mal in den Shops und ich brauche, warte, ich brauche 5.000 noch Gems. Hey, wie nochmal? Das hast du aber gerade gar nicht gemalt. Du hast Stumble-Pass gemalt. Ja, aber für so schlechte Zeiten, weißt du? Oh mein Gott. Damit meine Gems nicht weggehen jetzt, die ich gerade habe. Oh, T- Ja, okay, aus, Bruder, ich habe gesagt, heute, Digga, ja. Du hast gesagt, du kaufst alles. Ja, ich kauf doch schon. Digga, ich höre, du hast mich so abgerippt, ne? Max, du hast mich aufs genommen. Ja, komm, hier nochmal 5.000 Gems, jetzt hast du 8.500 Gems, Digga. Ja, das ist geil. Ja, jetzt kauf dir deinen scheiß Battle-Pass, Digga. Ja, okay, ich kauf grad. Und jetzt muss ich alles durchkaufen, Lom, dauert es kurz einen Moment. Ja, Digga, kauf die kompletten Battle-Pass durch, Junge. So, und letzte Stufe. Ach, Digga, ja, freust dich jetzt? Ja, Digga, ja, war klar. Way no way to. Bruder, du hast zwei Skins bisher und das sind einfach zwei Special Skins. Was ist denn falsch bei dir, Max? Ja, und ist doch egal. Und Box habe ich jetzt auch. Dann kann ich dich immer boxen. Bruder, du hast zwei Skins und das sind einfach alles Special Skins. Ja, und jetzt habe ich auch noch... Ja, okay, du kannst dir gleich alles freischalten, jetzt chill. Chill doch, du kannst gleich alles freischalten, Max. Nein! Ja. Ich muss jetzt alles einsammeln. Digga. Ey! Ja, Junge, jetzt, Max, mal einfach jetzt, du darfst noch was malen. Mal einfach noch was. Eine Sache muss ich noch einsammeln. Ja, hast du eingesammelt. Ja, okay. Ja, ich mal doch jetzt. Ja, okay, dann geh jetzt in dein komisches Malepad. Ja, ich mal doch jetzt. Du darfst noch was malen, okay? Ich kaufe dir noch was. Außer, was weißt du heute. Ja, ja, gut, Lom, ich mal. Digga, Leute, ich bin ganz kurz gemutet, ne? Ich schwöre, Junge, der Kleine macht mich so pleite. Er hat einfach, er hat mich jetzt schon komplett auseinandergenommen gefühlt. Aber egal, komm, ich ermüd mich wieder. Lom, bist du bereit? Ja, ich bin bereit, du kannst anfangen mit malen. Also, warte. Es geht los. Ja. Du malst ein, ein Auto, das ist ein Autoreifen. Autoreifen. Lom, du musst doch mal warten. Ich warte doch. Ich versuche doch nur zu erraten, was du eventuell meinen könntest. Also, bisher sieht aus wie ein... Lom, du musst doch mal warten. Bisher sieht aus wie ein Unfall. Was, du bist ein Unfall. Hör, jetzt, hallo. Chill mal. Was für ein Unfall. Ich boxe dich gleich. Jetzt mal erst mal... Was zur Hölle malst du da, Bro? Ich mal doch erst noch, warte doch. Ja, aber ich muss es dir auch erkennen, weil sonst kaufe ich es dir nicht. Also, du musst schon so meinen, dass ich es auch erkennen kann. Ich mal so, wie man das dann sehen kann. Ja, es sieht aber aus wie ein Stück Müll. Was hast du gesagt? Gar nichts? Nicht mal, Lom. Sieht aus wie ein Briefkasten. Wie ein Briefkasten. Deine Oma ist ein Briefkasten. Hä? Was hat das denn? Oh, no. Lom, du bist ein Briefkasten. Digger, malst du irgendwie eine Waffe oder irgendwas? Ich male gerade. Du musst warten. Hä? Digga, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so... Wie so ein Raumschiff oder wie eine Waffe oder irgendwas, Digga. Ja, fast richtig. Wie fast richtig? Ein Raumschiff. Ist das eine Waffe oder so? Sieht aus wie eine Minigun oder so. Hä, was? Warum hast du jetzt... Warst du eine Minigun oder was meinst du da, Max? Hä? Hä? Was meinst du da? Das sieht aus wie... Wie... Ich weiß nicht. Also, Bruder, Max, ich hab... Nein, warte mal. Loi, Max? Meinst du... Also, ich glaube... Ich bin mir nicht sicher, aber... Bist du schon fertig? Warte... Ein Wort. Wie ein Wort? Hä? Ist das eine Waffe oder so, Bro? Warum hast du eine Waffe, Digga? Ist das eine Waffe, die schießt oder was ist das? Was? Lol. Nerf! Aber was willst du jetzt mit Nerf, Max? Also... Kaufen, kaufen, kaufen. Ja, ich kann keine Nerf kaufen. Meinst du jetzt die Map oder was meinst du damit? Ja, 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 ja. Ja, ach so, du... Lol. Du meinst diese Nerf-Map, die neue? Ja, 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 ja. Diese Waffen-Map. Aber die kann man nicht kaufen, die kann man nur spielen. Also... Ja. Willst du die spielen jetzt oder was? Ja. Ja, Max, die ist noch nicht offiziell draußen. Die ist... Also, die kann man nicht so einfach spielen. Ja, aber du machst doch so Update-Videos. Ja, aber das ist halt... Das ist eine Beta. Da darf halt nur ich eigentlich drauf, Max. Das kriege ich übel Ärger, wenn ich dich... Wenn ich jemand anderen darauf zocken lasse, so. Ja, aber egal. Hä? Wie egal? Ich kann nicht darauf zocken lassen. Das ist ein Beta-Account. Geh bitte. Wenn du nicht machst, dann... Ähm... Neue Display. Ja, aber... Waffen sind erst ab 12. Du bist erst 10, Max. Das darfst du gar nicht. Ich bin bald 12. Ja, in zwei Jahren, aber nicht jetzt. Ja, aber du kannst doch das... Eine Ausnahme machen. Bruder, wenn ich das mache, kriege ich so Ärger, ne? Ich werde so Ärger kriegen dafür. Ich schnack das auch rein und die Zuschauer auch nicht. Ja, oh, der Garni. Ja, meinetwegen war's. Dann muss ich mich kurz umlocken, ne? Okay, Max. Äh, ich hab dich jetzt auf meinem Beta-Account. Ja, ihr Beta-Lum. Äh, es muss auch eigentlich heißen Beta-Lom. Was ist das für ein Skin? Der sieht aus wie... Ja, das ist ein Geist-Skin. Ja, aber... Äh... Dann spiel doch die Map jetzt. Dann spiel. Viel Spaß. Wo kann ich die denn spielen? Sag. Äh, weiß ich grad gar nicht. Das hab ich voll vergessen. Ich... Ja, geh auf... Ja, du musst auf Gruppe gehen. Geh auf Gruppe. Ja, ja, ja. Ja, und jetzt? Benutzer definiertes... Benutzer definiertes... Bitte, bitte. Ja, auf das, Lina, ne? Dann gehst du auf Maps. Ja. Dann musst du unten mal runterscrollen. Ja, warte. Noch ein Stück. Warte, 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 warte. Da. Da, Blasterbase. Das nennt sich Blasterbase und ich Blasterbase. Du bist eine Blasterbase. Ey, Max, aber ich will, du darfst das eigentlich noch gar nicht zocken. Da ist noch gar nicht draußen die Map. Du darfst hier noch gar nicht zocken eigentlich. Doch, ich mach aber schon, weil ich bin der Coolste. Wusstest du, alle Mädchen mögen mich. Ja, ja, dann drück auf Spielen. Kannst du dich, ja, erstellen. Kannst du dich noch erinnern, Distrack? Ich hatte mehr Frauen als du, ja. Wow. Fühlst du dich jetzt cool oder was, hä? Ja, ja. Ja, ja, ich merk schon. Wusstest du, jetzt wird den Distrack, ich bin der Coolste auf der Schule, ja. Ja, glaub ich dir. Ja. Freut mich für dich, wirklich. Ja. Digga. Ich schwör, Max, ne? Ich werd so Ärger kriegen. Du darfst diese Map eigentlich noch gar nicht spielen. Oh mein Gott, ey. Boah. Alter, wie geht das, Lom? Ja, musst du gucken, ey. Oh mein Gott. Alter, das sieht super krass aus. Ja, du kannst ja jetzt rumlaufen und kannst halt Leute abballern. Nääää. Du musst halt gucken, wo... Jetzt hast du so eine andere Waffe eingesammelt. Warte, bitte. Ja, schieß die Map, komm, schieß doch, Max. Ja, ja, wie? Ja, du musst schießen, schieß doch. Wie denn? Wie denn? Ja, schieß doch, Max. Wie denn? Sag. Weiß ich nicht, du musst schießen, drück doch. Lom, es geht nicht. Lom, es geht nicht. Ich weiß... Ich weiß... Oh mein Gott. Da hab ich mich quantifiziert. Ja, Bruder, wahrscheinlich hast du dich noch qualifiziert, Digga. Das war auch nur Glück, Digga. Nein, ich bin der Beste. Digga, Bruder. Er weiß nicht, ob jemand schießt, Junge. Lom, ich kann fliegen auch. Hä, du kannst nicht fliegen, was laberst du? Aber ich zeig dir heute nicht, wie. Warte, ich gewinn jetzt die Runde auch noch. Ja, dann gewinn der. Dann musst du erst mal schießen können. Sag! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie man schießen kann. Lom, wenn du nicht sagst, dann schlecht, schlecht. Max, ich weiß nicht, wie man schießen kann. Keine Ahnung. Lom, du bist doch doof. Komm, Max, komm. Baller die Gegner ab. Probier das jetzt noch mal. Wenn es nicht geht, dann rass dich aus. Ja, komm, schieß, Max. Lom, schieß. Lom, es geht nicht. Ja, schieß doch. Lom, das ist total scheiße. Bist leicht hoch. Lom, ich sterbe. Schieß doch. Lom, ich kann nicht. Schieß doch. Du bist doch. Du bist doch. Es wird total kacke. Hä, du wolltest das machen. Du hast das gemacht, hä? Es macht keinen Sinn. Ich mach jetzt noch was. Hä, ich hab gar nicht gesagt, dass du noch mal was malen darfst. Ich mach jetzt schon. Ist schon zu spät. Ich hab eigentlich nicht gesagt, dass... Okay, komm. Ein was darfst du noch malen. Komm. Noch drei Sachen. Hä? Woher? Ja, ich mach das. So, ich mach jetzt. Bist du bereit? Ja, ich bin... Ich bin bereit, Max. Sieht aus wie... Brokkoli. Ja! Max, mit dich malen kannst du... Hä? Ja, Bruder, das sollst du ja jetzt nicht... Max, das ist halt voll unlustig jetzt, ne? Du lustig. Bist ja... Bist ja voll lustig, Digga. Ist ja voll lustig. Was? Stub... Stubble? Was für's Dubble? Hä? Bruder, was malst du, Max? Digga, nee, Bruder. Ey, Max. Nee, wirklich, Digga. Ey. Nein, nein, nein. Nein. Was ist das? Ich erkenne es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also, ich erkläre dir kurz. Weil du bist ja ein bisschen doof, dass du nicht verstehst. Ja. Lebens bist du, ja? Ja. Das Recht ist Stambelgeist. Bin einfach gemalt, weißt du. Weil, damit die Zuschauer das auch direkt verstehen, ja? Ja, ja, natürlich. Ja, ja, klar. Natürlich. Ja, ja. Und da ist ein Skin. Irgendeiner. Ist egal welcher. Deswegen nur ein Strichmännchen. Ja. Und er macht ein Salto. Und du machst jetzt auch einmal Stambeltanz in echt. Du kannst den machen Salto, aber einfach ohne ein. Warum soll ich denn jetzt einen Tanz machen, Bro? Weil du bist Lomm und du musst das alles machen. Aber es war ausgemacht. Ich kaufe dir Sachen nicht, dass ich mich zum Affen machen soll. Ja, aber willst du lieber 5.000 Millionen Euro ausgeben oder willst du lieber Tanz machen? Das kostet 0 Euro. Ja, Dicker, und welchen Tanz soll ich machen? Ich muss kurz gucken. Warte kurz. Ja, guck mal. Warte, ja. Schade. Du hast leider nur ein Emote gerade freigeschalten. Ist ja... Du wär echt gleich jetzt... Nein, man kann auch... Warte, Animationen da links, da muss ich mal gucken. Ja, aber du hast ja alle gar nicht freigeschalten, Max. Ja, aber das ist doch egal. Warte, ähm... Welchen machst du? Ja, den! Oder den, warte. Ja. Hä? Wie soll ich? Ich kann kein Rückwärtssalto. Warte, den zwei daneben. Den auf den Boden. Ja, den machst du bitte jetzt. Hä? Das sieht man nicht mal in der Camp. Die ist viel zu weit oben. Du musst auf dein Bett gehen und das da machen. Wenn du nicht machst, dann 10.000 Euro Strafe. Und du musst Kamera machen, dass ich dich sehe. Oh, Bruder, muss das sein? Ja. Schick. Oder ist das halt wirklich so nötig, Max? Was? Ich hab' gesagt, es ist unnötig. Nein, das ist cool. Lamm! Junge, ich werd' dir das so zurückzahlen, ne, Max? Ich schwör'n. Was hast du gemacht? Ja, soll ihr jetzt den Tanz machen oder nicht? Ja, ich hab' aber nicht gesehen, weil es nur... Äh, ich seh' dich nicht. Bruder, das geht nicht. Wie soll ich mich denn drehen? Wenn du jetzt lachst, ne? Hast du gelacht? Ja, mach' das doch selber mal nach. Mach' doch selber nach. Nein. Bruder, wie soll ich das machen? Wie soll ich mich denn so auf den Boden drehen? Ja, mach' doch. Ja, aber wie denn? Einfach drehen auf den Boden. Ja, aber das geht nicht, ich kann mich so nicht drehen. Hä? Mach' doch, wie ein Fidget-Spinner. Max, wenn er so zurückzahlen, ne? Ja, egal, mach' jetzt. Du bist langweilig, Lamm. Ja, aber... Bruder, wie sollte das jetzt funktionieren? Leute, der ist total langweilig. Der kann das gar nicht. Das geht nicht. Der ist zu... Der macht das grad' gar nicht. Siehst du das? Ich mach' jetzt. Pass auf. Ja. Ja, mach! Bruder, das geht nicht. Lauf. Lamm, das war total schlecht. Ja, mach' besser. Mach' doch selber besser. Ja, ich muss das nicht machen. Der schöne Besuch. Lamm, du musst jetzt noch was machen. Ich bin noch nicht fertig. Hä, wie noch was? Jetzt kommt die vorletzte Sache. Ich muss erst mal wieder alles aufbauen wegen dir. Hier. Wieder green screen. Ich muss alles wieder aufbauen wegen dir. Ja, egal. Ja, schön. Ja. Lamm, ich mal grad. Ich kann grad nicht antworten. Ach, echt? Du meinst... Wär ich ehrlich nicht drauf gekommen, dass du grad malst. Wär ich nicht drauf gekommen. Ja, deswegen hab' ich dir das ja auch gesagt. Ja! Wow! Max, nein, 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 nein. Schimm mal jetzt, Max. Bro, komm schon. Du musst ja jetzt endlich übertre... Übertreiben, Bro, Max. Komm. Ey, hallo, hallo. Schimm mal jetzt, Mann. Trinker, ich wollt doch einfach nur dir ne Freude machen. Man benutzt das aus. Wird das nen... Du meinst nen blauen Kaktus. Sehr ehrlich. Blauer Kaktus. Ja, ich hab... Bro, ich bin raus, Max. Ich hab keine Ahnung. Das sieht aus wie nen... Sieht aus wie nen Spargel in Blaumütze. Du bist ein Spargel in Blaumütze. Ach, Dicker, nein, 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 nein. Chill mal, Max. Hallo, Max. Du musst jetzt nicht wieder... Du hast doch schon... Bro, du hast doch schon zwei Special Skits. Warum denn jetzt so? Max, hallo. Du hast doch schon zwei... Warum musst du denn immer so... Warum denn? Also, warum machst du denn immer so? Du musst doch nicht immer direkt... Dicker. Wird das jetzt irgendwie so ein dummes Special Glücksrad? Max, hallo. Übertreib doch jetzt nicht. Warte, nur ein Gem, warte. Ja, ein Gem ist okay. Ich weiß nicht, wer jetzt Glück hat, ein Gem kostet. Aber wenn du nur ein Gem ist, okay. Ein Gem ist okay, Max. Machen wir. So machen wir. Ist okay. Kostet zwölf. Ja, zwölf ist auch okay. Machen wir. Nein, Spaß. Wie Spaß. Dicker. Oh, Bruder, warum macht doch jetzt nicht so? Welches Glücksrad ist das denn? Was für ein Ninja-Rad? Dicker, doch, Mann. Wie oft willst du drehen? 30. Was für 30 Mal bist du... Ja. Ja, dann geh in deinen Account rein. So, jetzt einmal Shop. Links. Ja, da ist es. 30 Mal long. Du hast doch, James, passt doch. Kannst du doch gleich kaufen. Nein, warte. Ich muss erst mal kurz noch was gucken. Ganz nach rechts. Einmal kurz. Nein, wo, 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 wo ist die? Nein, 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 nein. Aber weiter. Weiter. Ich brauche, warte. Ey, Vigi. 30 Mal 125. 3.750. Also 5.000 Gems. Aber du hast doch noch genug Gems. Nee. Warst du noch 6.000? Nimm doch die einfach. Die brauche ich aber noch, wenn Emma kommt. Hä, was laberst du? Lomm, wenn Emma kommt, dann muss ich cool sein mit vielen Gems. Aber wenn ich die Zahl ausgebe, dann bin ich nicht cool. Gib 5.000 Euro. Also 20 Euro. Für 5.000. Ja, ich kaufe dir, Dinger. Ja, du bist auch gut. Ja, Bruder, es ist aber doch voll unnötig. Du hast doch... Also warum... Du hast... Also... Ja. Ja, warum aber... Hast du 11.000... Für was brauchst du 11.000 Gems? Für was denn? Ja, für meine Freundin. Dass sie auch spielen kann. So, jetzt muss ich einmal rüber und jetzt Ninja-La-La-Rat uns 10 Mal und kaufen. 1.250, Digga. Ja, jetzt kauf ich dir es einmal so. Ja, okay, Bruder. Ich hoffe, ich würde dir gönnen, wenn du keinen einzigen Special Skins hieß. Ähm... Keinen einzigen. Ja. Lom, wusstest du, wenn ich jetzt nichts Gutes ziehe, dann musst du noch was machen und das ist das Allerschlimmste. Ja, nein, reicht jetzt. Du hast schon übel viel bekommen, Max, Digga. Übertreib doch jetzt nicht. Hallo! Lom, du musst die Daumen drücken, wenn ich nichts ziehe. Hä? Ich sag dir jetzt schon, du wirst kein Special Skins ziehen. Ist nicht, gibt's nicht. Wirst du nicht. Ja. Ja? Wenn du das weiter sagst, dann kommt bald ein Huhn in deinen Garten, ja? Ja, von mir aus soll ein Huhn kommen. Und weißt du, was das Huhn macht? Nee, weiß ich nicht. Das liegt 10.000 Eier. Und weißt du, was haben passiert? Nee. Dann kommen da ganz viele Hühner aus den Eiern raus. Und dann den Brokkoli, der bei euch im Garten wächst, der wird dann einfach gegessen von den Hühnern. Was laberst du für ein Müll? Guck dich mal lieber auf, also konzentriere dich mal lieber auf deine Spins da. Du merkst schon, du ziehst gar nichts von deinem lauter Gebubble da. Ja, guck ein, aber ich muss... Nur Müll! Nur Müll hast du gezogen. Lom, ich kaufe jetzt noch weiter. Ja, dann... Oh, noch... Ja, warte, ich hab mich verklickt. So, nochmal 10 und los. Digga, Max, ich sag dir... Lom, kennst du die Geschichte von den YouTuber mit den kleinen Jungen? Nein, kenn ich nicht. Aber weißt du was? Ich weiß, dass du wieder kein Special Skin ziehen wirst. Aus Prinzip nicht. Lom, ich erzähle dir jetzt. Du wirst kein Special Skin ziehen. Ist nicht... Lom, ich erzähle dir jetzt. Na, oh mein... Oh mein Gott. Als wenn... Oh mein Gott. Als wenn veganer... Bruder, das kann doch jetzt nicht. Wahrscheinlich ziehst du jetzt Special Skin. Hä, warum ziehst du... Oh mein Gott. Lom. Das ist nur, weil ich dir die Geschichte erzählt hab. Du hast es nicht mal zu Ende erzählt. Was laberst du? Ja, das war die Geschichte. Der YouTuber und der kleine Junge. Hä, das macht nicht... Das macht nicht... Das macht nicht... Und ich bin der kleine Junge. Es macht nicht mal Sinn. Hä, was... Bruder. Weißt du, was keinen Sinn macht? Nein, weiß ich nicht. Deine Haare. Was gegen meine Haare? Sie sind aus wie am Brokkoli. Ja. Brokkoli hin oder her. Ich kaufe noch 10. Ich hole jetzt den... Den blauen. Und los. Bruder, du gibst so viel Geld aus. Ich will nicht mehr. Lom, wenn du weiter weinst, dann male ich gleich noch was. Junge, rei... Hallo. Es reicht jetzt. Bro, du hast schon viel zu viel gemalt. Wir machen jetzt hier letzte Spin. Du wirst sehen... Jetzt ist sowieso vorbei. Jetzt wird kein Special Skin mehr kommen. Du wirst sehen, jetzt... Was geht an Lumex? Doch ich habe nie nur Brokkoli Kopf. Jetzt ist hier 10. Wenn du von Monitor holst, du bist dein Mutter, aber heute wirst du leider getest. Zick, zack, Haare ab, Schluss. Du bist ein einlicher Welt. Schluss, die Mupp. Es kommt keine Special Skins mehr. Du bist ein bisschen weit nach unten, aber keine Sorge, Bro. Ich schenk dir Stammel-Jokens. Kannst du jetzt aufhören zu singen? Du sollst nicht... Ich nervte die Geschichtenschaft. Pass auf. Ich habe die immer mitgebracht. Max ist anstattig. Verlierst den Verstand. Es ist meine Rache. Jetzt wirst du belangt. Lumex, du schlechst du Stammel-Jokens. Du sollst nicht singen. Was du tust, ist das ganz nice. Ich und mein Bruder zerstören dich jetzt. Guck mal. Nur Duplikate. Alles Duplikate. Weißt du, was das jetzt bedeutet? Du hast verloren. Weißt du, warum? Das war es jetzt. Max, habe ich gefreut, dir eine Freude heute zu machen. Lumex, ich mache jetzt gerade schon. Hä, wie du? Nein. Doch, ich mache gerade schon. Nein, du soll... Magst du? Bitte. Du hast doch schon richtig viel gemalt. Du musst doch jetzt das nicht ausnutzen und übertreiben. Du kannst doch einfach mal gönnen. Und du musst doch jetzt nicht komplett übertreiben. Name? An? Hä? Hä? Was für Namen ändern? Bist du bereit? Ja. Ich ändere jetzt meinen Namen in Stammbe, weißt du? Und du musst bezahlen. Max, bitte. Ey, hör mal auf. Max, hallo. Hör mal auf, Max. Ey, hör mal auf. Hallo. Lass meine Nummer. Hör mal auf jetzt. Bruder, schrei... Oh mein... Bist du... Bist du... Ich möchte jetzt meinen Namen hier zu dieser Zahl ändern. Nee, Digga. Ich bin raus, ehrlich, Digga. Bruder, ich habe es gut gemeint. Ich wollte dir eine Freude machen. Ich dachte, du bist korrekt. Und ich habe dir alles gekauft, was du wolltest. Und du machst jetzt so. Mach doch nicht meine Handynummer dahin. Du kannst sie doch jetzt nicht... Doch. Max, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ja? Was? Mach's gut. Ciao. Was? Ja. Tschüss. Digga, der ist doch dumm. Erstelle deine eigene Insel. Züchte deine eigene Drachen. Und rede der Community von täglich bis zu 500.000 Spielern gegenüber. Über den Link in meiner Beschreibung bekommt ihr als Willkommenspaket. Sieben kostenlose VIP-Tickets, Nahrung und 100.000 Gold. Egal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Leute, lasst auf Ehre ein Like dafür da. Abonniert unbedingt den Kanal, wenn ihr neu seid. Und drückt auch gerne auf die Glocke, damit ihr immer wisst, wenn neue Videos kommen. Und dann würde ich sagen, folgt mir doch auf Insta. Weil wer mir auf Insta folgt, der ist cool. Automatisch. Da heiße ich so. Lumix.office. Ciao.